Irgendwelches Gepäck? Ja, hier kommt es. Hey, ich bin nur Schokolade, okay? Noch nie eine Erdnuss gesehen? Ich fühle mich so missbraucht. Hey, sagen Sie mal, was ist eigentlich so verdächtig an einem ganz normalen sprechenden Schoko-Duo? Wahrscheinlich mag Sie keine Schokolade. Wow, auf die fliege ich. Hi Sweetie, gibt's hier was zu knabbern? Jetzt schon. Vielen Dank.